Servus, hallo und willkommen zu einem neuen Monster Hunter Video von mir, dem Ilias. Gestern war der Entwickler-Live-Stream und sie haben richtig viel Zeug angekündigt und ich freue mich darauf, das Ganze zu erleben und jetzt mit euch zu besprechen. Also, das Beste vorneweg, endlich, es ist soweit. Devil Joe kommt und das sehr bald. Nächste Woche, Donnerstag am 22.3. kommt Devil Joe über ein kostenloses Update, also für alle verfügbar ins Spiel. Im Hintergrund laufen schon die ersten Gameplay-Szenen mit ihm und ich finde ihn schon ziemlich beeindruckend. Bei Devil Joe handelt es sich um einen Kampffüfern, der durch seine hohe Körpertemperate ständig Hunger hat und deswegen so als Kannibale auch bezeichnet wird, frisst sogar seine eigene Art und alles. Einfach nur fressen, fressen, fressen. Wird auch als Weltenfresser, glaube ich, bezeichnet. Er wird aber auch so ein bisschen als die Bodenversion des Baisel Goose bezeichnet. Ist dem wohl relativ ähnlich. Ich habe ihn noch nicht gespielt aus den alten Versionen oder so. Ich bin aber sehr gespannt auf ihn. Wir werden ihn natürlich nicht nur temporär im Spiel haben, sondern dauerhaft. Wir werden ihn über sechs und sieben Sterne-Quests spielen können, auswählen können, Missionen zu ihm, aber auch natürlich High-Rank Untersuchungen mit ihm. Mit dem Devil Joe wird es auch für jede Waffenklasse eine neue Waffe geben und natürlich auch eine neue Rüstung bzw. zwei neue Rüstungen. Die Wengis Alpha und die Wengis Beta. Über die Rüstung und die Waffen ist leider noch nicht wirklich was bekannt. Nur ein bisschen Bildmaterial, wo wir uns schon mal ein Bild davon machen können, wie die Rüstung so aussieht bzw. wie die Waffen von Devil Joe aussehen, wenn wir sie aus seinem Material herstellen. Eine weitere, doch von vielen heiß ersehnte Änderung wird schon am 16.03. eingeführt. Wir können das Aussehen des Charakters ändern. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Am 16.03. erhält jeder Spieler sozusagen ein kostenloses Ticket, wodurch man den Jäger dann optisch anpassen kann. Das Ticket kann aber nur einmal verwendet werden und wenn wir dann unseren Jäger noch einmal verändern möchten optisch, dann müssten wir so ein Ticket in unserem Playstation Store oder eben bei der Xbox in dem Xbox Game Store dann mit Echtgeld kaufen. Eine kleine Einschränkung, aber ich denke, das kann man verschmerzen. Was wird man denn optisch ändern können? Man wird zum einen das Geschlecht des Jägers ändern können, das physische Aussehen, also Hautfarbe, Augenfarbe und so weiter, aber eben dann auch, wie es bisher schon der Fall ist, kosmetische Veränderungen, also Haare, Gesichtsbemalung und so weiter. Wir werden allerdings nicht den Namen des Jägers oder den Namen des Palikos ändern können und anscheinend können wir auch nicht das Aussehen des Palikos ändern, was ich sehr schade finde, dass wir hier ein bisschen eingeschenkt sind. Würde ich cool finden, wenn man insbesondere den Namen des Jägers und des Palikos ändern kann und vielleicht auch noch das Aussehen von ihm, aber na gut, man kann ja nicht alles haben, vielleicht kommt es ja später einmal. Was für Änderungen dürfen wir denn noch erwarten, die mit diesem Frühlingsupdate oder in den nächsten Wochen kommen? Vom 6.4. bis 12.4. wird es das Spring Blossom Fest geben. Hier wird die Versammlungsstätte in einem Blumenmeer gehüllt werden und auch die NPCs in der Versammlungsstätte bekommen eine spezielle Uniform für dieses Fest und es wird auch eine neue Mahlzeit in der Kantine geben, über die wir aber auch noch nichts Näheres essen. Dann weiter während der Phase des Fests, also vom 6.4. bis 12.4., wird man jeden Tag für einen Login-Bonus zwei Gutscheine bekommen. Dann wird es auch so sein, dass wir wohl ältere Quests, ältere Event-Quests zurückkommen und dass wir diese dann machen können. Also zum Beispiel, wenn man da die Event-Quest für die Alloy-Rüstung verpasst hat oder die erste Event-Quest zu Horizon Zero Dawn, wo wir die Rüstung für unseren Palico bekommen haben, wenn du das verpasst hast, dann werden wir das wohl da nachholen können. Und es wird auch sonst wohl andere oder neue Untersuchungen geben und ich habe irgendwie, wenn ich es richtig mitbekommen habe, soll es auch so ein paar Minispiele oder ähnliches geben. Also einfach, dass es mal ein bisschen aufgelockert wird. Richtig nice finde ich auch, dass zum Start des Fühlungsfests am 6.4. ein neues Großschwert kommen wird. Das Wüfern Ignition. Das Besondere hierbei ist, dass es keine Waffe, die jetzt die Entwickler sich ausgedacht haben, sondern die Waffe, die wohl ist entstanden in einem Fan-Wettbewerb, den Capcom mal durchgeführt hat. Dann, was werden wir noch für Neuerungen haben? Grundsätzlich wird es Verbesserungen natürlich im Spiel geben. Es sollen die Ladezeiten verkürzt werden. Dann sollen wir die Möglichkeit haben, nach einer Quest direkt in die Gildenhalle zurückzukehren. Es wird neue Emotes geben. Waffenanpassungen wird es geben. Also insbesondere werden viele Waffen verstärkt. Manche werden auch abgeschwächt. Da gibt es schon eine kleine Liste oder eigentlich eine recht umfangreiche Liste, was da so geändert werden soll. Aber dazu könnte man vielleicht mal ein extra Video machen. Dann muss ich mal schauen, ob ich da noch dazu komme in der Zeit oder ob wir da mehr Infos dazu kriegen zu diesen Waffenänderungen. Dann Bugfixes wird es geben. Wir bekommen ein Bienenkostüm für Pugi zum Frühlingsevent. Natürlich kriegen wir auch noch die Crossover-Quest zu Dante, also Devil My Cry. Und eine Crossover-Event-Quest wird starten am 13. April, dass wir einen Megaman-Palico bekommen können. Also eine Rüstung für einen Palico im Megaman-Look. Dann auch noch ganz zum Schluss, hier noch eine Änderung, genau. Die Frisuren des Admirals und der Questgeberin, die ganz zum Schluss da ist, kommen dann auch ins Spiel. Also wenn wir jetzt einen Charaktermann wollen, der will, der Admiral aussieht, kein Problem. Das können wir jetzt machen. Ja, soviel zu den Veränderungen, die jetzt in den nächsten Monaten kommen. Ich freue mich riesig auf Devil Joe. Ich freue mich riesig auf die neuen Waffen, die Rüstung und auf das Spring Blossom-Event. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was uns da so geboten wird. Wie seht ihr das? Worauf freut ihr euch am meisten? Habt ihr Bock drauf? Findet ihr, dass es ein guter DLC, gute Updates sind, die die hier machen? Oder seid ihr etwas enttäuscht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, aber auch sonstige Kommentare sind natürlich sehr gerne gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Ilias. Ciao. Ciao.